Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Jetzt kommen wir zum nächsten Part von Life is Strange. Und wir gehen jetzt mal direkt zur Toilette. Ja gut, machen wir das. Alles klar und jetzt Steuerung, jetzt zurück bis zu diesem Punkt. Wird auf der Letzleiste markiert. Okay. So und dann gehen wir auf John Lennon. So eine Fähigkeit wäre echt schon geil, wenn man sowas hätte. Hätte schon was irgendwie. Machen wir das mal ganz schnell zur Toilette. War das hier? Ne. Wo war das nochmal? Hier war das. Okay, Max. Retrace every step. Ich habe meine Gesichter. Ich habe meine Fotos. Dann die Butterfly flew in. Und ich habe eine Fotos. Und es werde Dich haben. Ich habe diesen Blumen. Ich kann sagen, dass jeder. Nathan Prescott ist eine Punk-Asserin, die als kleine Mädchen beizigt und das mit seiner Dich reden. Duißt nicht mehr wie ich bin oder mit dem du mit planst. Wie hast du das gemacht? Quat ihr geht? Was machst du jetzt? Komm es mal, ver mich nicht. Ich habe einen Handeln. Ich habe einen Handeln, um es�uessen zu verbrechen. Ich bin jemanden, die mich zu kontrollieren. Du bist in der Näheuerthinheizig mehr Probleme für diesen als Drugs. Gut gemacht. Das hat nicht passiert. Das kann nicht real sein. Ich habe nur gesehen, dass eine Frau gebetet wurde und dann sie sie schraubt. Was ist passiert? Geht nicht aus. Hey, hörst du das Feuer? Das bedeutet, dass du außerhalb musst. Ich musste das Wasser benutzen. Das sieht echt unhöflich aus. Das sieht echt unhöflich aus. Das sieht gut aus. Geht mit mir. Ich habe nur Nathan Prescott auf einen Schraub schraubt. In der Mädchen. Nathan Prescott? Du bist sicher? Ja. Er war in der Bühne zu sprechen, mit einem Schraub. Ich habe alles gesehen. Er war schraubt wie verrückt. Okay. Slow down. Slow down. So now you saw this, without him seeing you. Ich habe einen Schraub. Ich habe das Recht zu sein. Es ist die Mädchen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich möchte einfach komplett klar sein, was passiert. Herr Prescott ist aus der Stadt der wichtigsten Familie. Und einer von Blackwells-Geräusern. Da wird er nichts machen. We will continue this discussion later in my office. Alright, Leute. Ich habe irgendwie einen Schleimhals. Gut, dann... Gehen wir mal zurück. Dann sprechen wir mit ihm. Aber sagen ihm nicht die Wahrheit. Es gibt nichts zu vermeiden. Ich habe Angst. Es passiert, du kennst. Es ist das Team Toot wieder. Ich habe genug gehört. Ich glaube, ich weiß nicht, was passiert hier. Du hast nur hier drei Wochen gemacht, und du hast bereits einen Konflikten. Ich glaube, deine Eltern werden die Beobachtung verabschieden, wenn sie herausfinden. Jetzt raus mit der Klasse. Bitte. Nein, er hat das überhaupt nicht kaufen. Gut, dann werden wir die andere Möglichkeit benutzen. Gut, dann werden wir definitiv um die Wahrheit sagen. Und... Ja. Jetzt gehen wir nach draußen. Gut, also der Lehrer will uns so oder so nicht helfen. Und glaubt uns eh nix. Ne? Was ja schade ist. Das Spiel ist aber sehr schön gemacht. Was müssen wir jetzt machen? Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, Max. Und wir alle wünschen Rachel ist sicher und sicher. Aber diese Petition ist nicht über sie. Blackwell Academy hat eine noble heritage. Von den Native Americans, die diese Lande founded, zu den Pioneern, die sie in Peace haben. Nicht Angst und Angst. Ja. Eine Drohne. Ach komm, wir schreiben wieder. Gut, wo können wir uns als nächstes hingehen am besten? Ja, die steht einfach in der Sonne. Äh, warte mal, was? WTF? Okay, äh, auf dem Parkplatz, bin cool, wir werden es schon sehen. Okay, also jetzt müssen wir zum Parkplatz. Okay, also jetzt müssen wir zum Parkplatz. Was hat sie gesagt? Was hat sie gerade gesagt? Was hat sie gerade gesagt? Das ist gerade nicht gelesen. wo können wir uns nochmal nachgucken? Wow. Parking. Ein Baum. Wo ist denn der Parkplatz? Da hinten. Ah, okay, ins Wohnheim. Wo ist denn das Wohnheim? Was ist denn dieses Wohnheim? Hm. Da hinten ist leicht. Parking. Parking. So. I need to go there and grab Warrens flash drive. Ja, also. Ich war schade, dass man nicht einfach durchlaufen kann. Ja, das ist natürlich der Weg, ne? Okay. Was ist denn das für Asi-Mittels? Ich bin dran, ich hoffe, dass du einen anderen Weg in den Dorn findest. Wir gehen nicht. Oh, warte. Halt den Post. So original. Don't worry, Max. Ich setze ein Vintage-Filter auf den, sofort bevor ich es poste. Alles auf die Social-Media. Jetzt, warum bitte gehst du deinem Selfie. Oh, ja Viktoria, ich werde dich von dir raus holen. Ich würde jetzt einfach rüber laufen. Guck mal, ich lauf sogar drüber. Wie machen wir das doch? Wo gibt's denn hier den Sprinkler-Ding? Hieb's irgendwo? Ja, das ist gut. Tja, belastend, ne? Pech gehabt. Kann man das nicht dann irgendwie runterschmeißen? Englisch, ja. Aber Deutsch, übersetzt, alles klar. Gut, ähm... Was kann man denn machen am besten? Wir können den einmal da runter holen. Ah, warte mal, der muss hier mit dem Baseball. Richtig? Ah, okay, der will nicht. Ja, genau, genau, das hatte ich vor. Jetzt halt zurückdrehen. Bis dahin. Und jetzt? So, was machen wir jetzt? Ich müsste den Sprinkler wieder aufdrehen. Ich bin so weit zurückgespürt, glaube ich. Lauf nicht. So, wir müssen erstmal hier wieder ran. Und jetzt können wir das machen. Oder nicht? Warum können wir das nicht machen? Hä? Muss ich das checken? Okay, und jetzt? Okay. Achso, manipulieren. Ah, okay, chillig. Gut, dann machen wir das. Samuel da Vinci. Was benutzen wir das? Da stehen sie auf. Und dann müssen gleich der Eimer runterfallen. Theoretisch gesehen. So. Und dann müssen jetzt der Eimer runterfallen. Und dann schön auf ihr Kashmir rauf. Scheint. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Sweet. Mh, was können wir jetzt von Ihnen noch in Vode machen. Ja. Uh, hey Victoria? What do you want, Max? Na, wie verspotten wir sie? Gucken wir erstmal, was denn passiert wäre. Wenn, wie heißt das, wenn wir sie nicht verspotten, trösten wir sie erstmal, mal gucken wie sie reagiert. Also wir versuchen halt immer irgendwie das Positive herauszuholen, das Positive zu machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich das bei der Entscheidung belassen. Das ist glaube ich wohl die bessere Entscheidung. Gut, also wir werden uns bei der Entscheidung belassen, weil ich werde so spielen, dass ich halt meiner Meinung nach die richtige Entscheidung treffe. Sprich ich will immer das Positive aus den Sachen ziehen und nicht immer das Negative. Toilette, Toilette, Feueralarm. Das ist mein Lieblingshaus, mein Lieblingshaus. Das ist ein schönes Zimmer. Max und Chloe, beste Freunde für immer. Wer sagt das überhaupt? Mama hat was geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Max. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist, XO. Was haben die alle mit dem XO? Max, dein Direktor hat eine E-Mail geschickt. Du hättest. Du hättest ein Märchen über einen Ehrenschüler an Blackwood erzählt. Er meinte, das sei eine schwere falsche Anschuldigung. Er sorgt sich, dass du sowas erfindest. Ruf mich ASAP an. Was heißt ASAP an? Damit wir darüber reden können, Mama. Okay. War ja klar, dass der Typ uns nicht helfen möchte, weil es ein Ehrenschüler ist und er ja viel Geld hat und... Ach, hör auf. Geld ist Macht. Danas Room. Wenn er sich nicht alles ansehen lässt. Supportbildfilm. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut, Leute. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.